Freunde, die Reise in die Selbstversorgung geht weiter. In diesem Video geht es darum, Lebensmittel haltbar zu machen. Ich war mal wieder dumpster diven und habe all diese Lebensmittel gestern aus einer Mülltonne geholt. Wieso auch immer die Supermärkte das wegschmeißen, aber hier ist ganz viel Gemüse, Obst. Schau dir an, wie viele Piersiche, zwei Kisten und viele Früchte noch frühreif. Die ist noch richtig hart und ja, ein Haufenweise Gemüse, das es jetzt gilt einzulegen. Und für all meine neuen Zuschauer, damit ihr versteht, um was es geht. Ich habe mir vor fast zwei Jahren drei Hektar Land gekauft und strebe an, ein autarkes Leben aufzubauen. Das heißt, ich will mich selbst versorgen und habe eine lange Reise vor mir mit einem sehr, sehr kleinen Budget, das jetzt schon komplett aufgebraucht ist. Das heißt, ich lebe mit sehr, sehr wenig Geld und ja, diese Lebensmittel, was ihr hier gerade seht, habe ich alle aus einer Mülltonne geholt. Und normalerweise verschenke ich das alles, aber ich versuche zur Zeit, auf mein Auto zu verzichten. Und ja, ich bin zwar ein guter Mensch, aber jetzt extra zu meinen Freunden zu laufen und denen das zu bringen, mache ich nicht. Deswegen will ich das alles haltbar machen. Und genau, so Sachen wie Piersiche, die werden in der Regel, vor allem wenn die schon so Bruchstellen haben, nach zwei bis drei Tagen faul. Und ich möchte die aber auch im Winter genießen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Pfirsichen an. Das soll jetzt hier auch kein How-To-Video werden. Ich bin selber noch am Rumexperimentieren. Ich will lernen, Sachen haltbar zu machen und nehme euch auf die Reise mit. Ich denke vor allem die, die auch planen, sich irgendwann mal selbst zu versorgen oder auch einfach nur lernen wollen, Sachen einzulegen. Ich habe jetzt schon ein paar Erfahrungen gemacht. Die hier habe ich vor acht Monaten eine Brombeermarmelade gemacht. Und ich bin da ganz viel am Rumexperimentieren, weil gerade die Anfänger, die Sachen zum ersten Mal machen, da kommen oft Fragen auf, die man dann nicht wirklich gelöst bekommt. Und die zeige ich euch, wie ich dann damit umgehe. Das erste Thema ist zum Beispiel das Thema Hygiene dabei. Es wird immer empfohlen, das zu sterilisieren, abzukochen. Und das habe ich hier nicht gemacht. Beziehungsweise nicht bei allen. Weil es gibt bei dem Thema schon ein paar Punkte, die man wahrscheinlich nicht sonst eigentlich erwartet. Wie zum Beispiel das Vorbereiten und zum Beispiel Zerstampfen der ganzen Früchte. Ich bin jetzt gerade schon seit 20 Minuten dabei, die Pfirsiche zu zerdrücken. Meine Schulter tut so langsam weh. Und ja, ich bin froh, dass ich das Werkzeug gekauft habe. Ich bin ganz oft ganz spontan faul und mache das dann nicht so, wie es empfohlen wird. Wie zum Beispiel die Pfirsiche nicht zum Ende zu zerstampfen. Das habe ich schon mal gemacht, weil wenn man die sowieso kocht, werden sie weich und sind dann viel einfach zu zerstampfen. Hier kann ich mir bestimmt zwei Stunden Arbeit ersparen. Und auch beim Einkochen an für sich muss man ja in der Regel drei bis vier Stunden lang kochen. Gibt es auch einiges zu beachten. Weil wer sich selbst versorgen will, muss gucken, dass er auch mit dem Holz sparsam ist. Und dann bin ich selbst mal gespannt, wie viel Holz ich hier jetzt brauche. Ich will jetzt hier zum einen mal die eingelegten Pfirsiche ausprobieren. Da habe ich mir ein YouTube-Tutorial angeschaut. Ich habe hier in die vier Behälter jetzt einfach nur kochendes Wasser reingemacht, habe es zugemacht und jetzt eine Stunde stehen lassen. Ich will zwei von den Behältern lange lagern, ein halbes Jahr oder sowas. Und die eine mit Zucker und Zimt ausprobieren. Und die andere einfach nur Wasser. Wirklich nur so Pfirsiche. Ich will das hier also nur pasteurisieren. Pasteurisieren ist an und für sich super, super simpel. Man stellt einfach so ein Glas in heißes Wasser, lässt es dort stehen. Dadurch entwickelt sich hier drin ein Vakuum, so ein Unterdruck. Und dadurch wird es haltbar gemacht. Das ist pasteurisieren. So, ich habe beim Dumpster-Dive noch eine Packung Zucker gehabt. Und als Diabetiker esse ich eigentlich gar keinen Zucker. Aber ich will das ausprobieren. Ich will den Vergleich haben mit oder ohne Zucker. Das heißt, ich mache jetzt einen Sirup und mache hier jetzt ordentlich Zucker. Zwei Löffel sollten reichen. Und einen guten Schuss Zimt. Und das lasse ich jetzt für zehn Minuten kochen. Und hier will ich dann mal einen Nektar machen. Dafür kippe ich jetzt erstmal hier das hier hier dazu. Nektar soll ja trinkbar sein, das heißt flüssig. Nach Rezept muss ich jetzt nur noch hier das heiße Wasser rein kippen. Okay, hört ihr das? Echtes Problem. Die ist undicht. Da geht Luft rein, das heißt, die kann ich nicht verwerten. Okay. Dann esse ich die morgen. Weil hier muss sich jetzt ein Vakuum entwickeln. Für den Nektar, beziehungsweise die Marmelade aus den Fruchtfleischresten, brauche ich eher mittlere bis niedrige Hitze. Und dafür aber drei Stunden kochen lassen, so dass das Wasser verdampft, aber die Süße drin bleibt. Das heißt, ich versuche jetzt mal einen kleinen improvisierten Ofen zu benutzen. Und hier ist das misconception. So, das sind jetzt alles. Eineinhalb Stunden vergangen und ich habe keinen Bock mehr zu warten, also je länger man es kochen lässt, desto süßer wird es, aber eineinhalb Stunden sollten passen und ich habe leider kein Sieb, um jetzt den Nektar abzusieben, weil ich will das ja zum Trinken haben wie ein Saft. Ich habe jetzt einfach hier das dreckige Tuch, ich gucke jetzt mal was passiert, ob das so funktioniert. Aus dem Fruchtfleisch will ich dann Marmelade machen. Das scheint nicht ansatzweise zu funktionieren, wie ich es gehofft habe. Ich mache mir jetzt doch hier eine Marmelade draus, ich kriege das nicht abgesiebt und ich wollte es hier unten rein machen, da backe ich immer mein Brot und das ist die Tür und da drunter ist ein fucking Skorpion. vor drei Tagen eine Schlange auf dem Boden in der Küche und jetzt ist hier ein Skorpion. Ich wollte gerade den Felsen umdrehen bzw. ich habe ihn umgedreht und dann kam da ein dicker fetter Skorpion. Diese Höhle ist vom Skorpion und der ist jetzt glaube ich hier drunter. Ich muss gucken, dass mein Hund, der mich angreift. Ich habe echt Angst. Mal gucken, ob ich gebissen werde. Nein, er ist weg. Das macht es noch schlimmer. Ihr müsst wissen, ich laufe immer barfuß. Deswegen ist das gerade schon richtig blöd. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Angst gehabt. Das ist die Skorpion, die es hier in Portugal gibt. Die sind eher so gelblich. Und die sollen ungefähr so giftig wie eine Hornisse sein. Was soll ich jetzt machen? Einfangen und wegbringen? Oder hier jetzt immer Angst haben, auf ihn drauf zu treten? Okay, ich muss ihn einfangen. Oh mein Gott, ich habe Angst. Puh, ich habe ihn. Ewelsgeil. Ich habe bisher immer nur die Kinder unten gesehen, wie die welche gefunden haben. Und jetzt habe ich das erste Mal selber einen Skorpion gesehen. Jetzt nur überleben. Jetzt suche ich ihm ein neues Zuhause. Geil. Oder ich habe ein neues Haustier. Nächster Tag. Die Marmelade war jetzt über Nacht auf der Platte über dem Feuer. Und jetzt ist es eine richtig geile Konsistenz. Also wenn man hier so rüber streicht, man sieht den Boden, dann ist das ein gutes Anzeichen. Dann probieren wir mal, wie das schmeckt. Oh mein Gott. Extrem süß, aber das ist ja Marmelade. Boah, geil. Richtig, richtig geil. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Wir haben 10 Uhr morgens jetzt. Tag Nummer zwei. Die Lagerfeuerstelle ist in der knallenden Sonne. Aber ich gebe mir den Act und pasteurisiere dort jetzt. Jetzt habe ich schon mal viermal Marmelade und eingelegte Pfirsiche. Und jetzt kommt gleich ein Freund, der will was von dem Essen haben. Dem gebe ich gerne was. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist Kohl einlegen. Das habe ich selbst noch nie gemacht. Ich will das fermentieren. Und ich habe da schon ein paar Experimente gemacht in den letzten zwei, drei Jahren. Ich habe Essig mal selber hergestellt. Und heute will ich kochen. Heute koche ich Gläser. Beim Einlegen, also so Kohl und so weiter, fermentieren, da arbeitet man mit Bakterien. Und dort ist es dann besonders wichtig, dass man auch die richtigen Bakterien dort hat. Weil der Fermentierungsprozess funktioniert nur mit, ich glaube Hefebakterien und anderen Bakterienstämmen. Deshalb koche ich die Gläser jetzt, dass sie steril sind. Und dann geht es weiter. So, man hört, das ist richtig am Kochen und das ist auch in diesem Fall wichtig, weil hier wollen wir jetzt desinfizieren und die Gläser reinigen. Und somit auf jeden Fall mindestens 100 Grad erreichen. Beim Pasteurisieren ist es dann ein bisschen anders da. Weil hier wollen wir ja eher nur ein Vakuum kreieren. Und deswegen stelle ich den Topf jetzt beiseite, dass es aufhört zu kochen. Und ab jetzt kühlt das Wasser unter 100 Grad ab. Und ich glaube empfohlen wird es 60 bis 80 Grad. Das heißt, wir stellen die jetzt einfach hier rein. Gucken, dass man die vorher gut verschließt. Jetzt Deckel drauf und jetzt einfach abkühlen lassen. So, dann geht es jetzt an den Kohl. Ich habe den jetzt schon mal gewaschen, klein geschnitten und jetzt hier in das Glas reingemacht. Und ich habe momentan leider kein Internet und kann mir jetzt kein Rezept draus suchen. Deswegen machen wir das frei Schnauze. Ich habe hier einmal Essig und dann will ich noch ein bisschen Zucker rein machen. Ich will ein richtig leckeres Rezept machen und dann einmal eins ohne Zucker. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Jetzt wird empfohlen hier steriles Wasser rein zu machen. Ich liebe aber Quellwasser. Wir benutzen Quellwasser. Und ganz ehrlich, jetzt habe ich keine Ahnung wie es weiter geht. Weil ja, ich habe oft gesehen, jetzt legt man hier einen Stein drauf. Damit der Kohlau ja immer unter Wasser ist. Und jetzt erinnere ich mich, dass die so spezielle Gläser haben, dass noch Luft reinkommt. Aber beim Essig machen habe ich gelernt, dass man das einfach morgens immer öffnen kann. Dann werden die Bakterien mit Luft versorgt und dann schließt man das wieder. Und ich glaube, nach einer Woche sollte das Verzehrs bereit sein. So Leute, ein kleiner Fail. Ich wollte ein indisches Chutney machen aus Papaya und Mango. Und habe das jetzt am Feuer gelassen. Ich habe jetzt noch meinen Garten mit Wasser versorgt. Und das sollte eigentlich eine Konsistenz von der Soße haben. Aber jetzt ist das schon fast wie ein Tomatenmark. Mh. Schmeckt richtig gut. Und das wird jetzt trotzdem gegessen. Gewürz mit Papayakern. Und dann habe ich noch Hefewasser angelegt. Ich will Brot backen. Und daraus wird dann Hefe. So meine Freunde, es ist Sonntagabend. Es sind jetzt fünf Tage vergangen. Ich habe die letzten zwei Tage jetzt am Wochenende nur noch gegessen. Und wollte jetzt eigentlich weitermachen. Ich wollte jetzt eine zuckerfreie Pfirsichmarmelade machen. Aber schaut euch die Pfirsich an. So schnell geht das. Ich wollte eigentlich noch jetzt ein Teil machen, wie man das richtig lagert. Weil ja, zwei verschimmelte Früchte aneinander. Oder eine gute neben einer verschimmelten. Sorgt dafür, dass die gute dann auch schimmelt. Deswegen gibt es ein paar Punkte zu beachten. Oh ja, das ist jetzt alles übrig geblieben. Und das ist jetzt alles hoffentlich haltbar. So, dann kommen wir jetzt zur Verkostung und Fazit, was ich jetzt hier alles so gelernt habe. Weil ich denke, es gibt auch einige Anfänger, die vielleicht in derselben Wissenslage sind wie ich. Und ja, das erste, was mir aufgefallen ist, die Gläser sind nicht alle dicht und nicht alle gut. Ich habe die schon seit Jahren aufgehoben. Die sind teilweise gerostet. Weil das ist ein Ding in der Autarkie, in der Selbstversorgung. Gläser selber herstellen kann ich zumindest nicht. Aber es gibt Restaurants, die zum Beispiel in Pizzeria solche Tomatenflaschen verschenken. Die ganze Zeit, wenn ich mit euch spreche, höre ich auch hier entzischen. Ich hoffe, man hört es. Das heißt, die hier ist schon mal undicht. Und da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie sich das auf den Fermentierungsprozess auswirkt. Und die hier, das spürt man schon am Deckel. Da ist ein richtiger Druck drauf. Ja. Dann gehen wir jetzt mal die einzelnen Produkte durch und kosten die. Fangen wir mit den eingelegten Pfirsichen an. Die wahrscheinlich einfachste Art. Und ich bin gespannt, wie es funktioniert. Man sieht schon mal, die Pfirsiche, die schwimmen oben. Und bei dem Glas sieht man, die haben definitiv Kontakt zur Luft. Das heißt, potenzielle Schimmelgefahr. Aha, ich habe schon mal fest zu. Das ist gut. Boah, ich habe richtig fest zu. So. So sehen jetzt die obersten aus. Die sind in der Regel immer die schlechtesten. Und eine von unten. Jetzt erstmal die hier von unten. Riecht nach Pfirsich. Riecht nach Pfirsich. Riecht nach Pfirsich. Riecht nach Pfirsich. Ein bisschen säuerlich im Abgang. Ich hoffe, ich kriege davon jetzt keinen Durchfall. Ja, definitiv essbar. Dann mit Zucker und Zimt. Und so sieht eine von unten aus. Ich habe es jetzt viel süßer erwartet, aber rein vom Geschmack hätte ich mir den Zucker sparen können. Dann habe ich Quacamole gemacht. Also das isst man ja in der Regel eigentlich roh. Und ich habe das hier jetzt auch die ganze Zeit gegessen. Aber ich sehe schon, das verfärbt sich so komisch. Ich habe es vorher noch gegessen. Also jetzt noch vier Tage ist es noch gut. Und die wollte ich haltbar machen und einfach nur pasteurisieren. Und dann ist mir das hier passiert. Eines der Gläser ist aufgegangen. Und jetzt schwimmt da alles drin. Und ich bin da super intuitiv rangegangen, weil ich keine Ahnung habe, wie man das haltbar macht. Ich dachte, ich mache das jetzt hier rein. Ich habe es ordentlich aufgefüllt bis zum Rand. Aber schaut, was passiert ist. Jetzt quillt es da raus. Ich gebe jetzt mal dem Klaas die Schuld. Und ja, ich bin ziemlich sicher, dass das bald schlecht wird. Dann kommen wir zum Kohl bzw. Sauerkraut. Und riecht nach Kombucha. Wie wenn man rohen Kohl isst. Und so ein säuerlicher Geschmack danach. Also schmecken tut es nicht. Dann schauen wir jetzt mal das richtige Sauerkraut an. Ich habe dann nach dem Video bei einem Freund gegoogelt nach einem Sauerkraut Rezept. Scheinbar ist bei Sauerkraut machen sehr wichtig, dass zwei Prozent des Inhaltes Salz sein sollte. Das hat Potenzial. Gut salzig, aber so ist Sauerkraut. Das mag ich richtig. Die Bretter sind noch hart. Ich denke, die werden dann weich mit der Zeit. Aber das wird jetzt eingelagert. Für mich als Fazit, was ich daraus jetzt gelernt habe, ist, dass ich auf jeden Fall eine gute Quelle finde, um Gläser zu finden. Ich habe hier die ganz alten eingelagerten, aber da muss ich noch aussortieren. Dann ist mir aufgefallen, wie viel Arbeit das ist, die immer zu sterilisieren, aufzukochen, vorzubereiten und das alles. Da braucht man dann schon so ein gutes Waschsystem, sage ich mal. Dann mit der Kochstelle bin ich auch positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich hatte vielleicht sechs, sieben, acht Äste und das hat jetzt für alles gelangt. Und ja, das können wir ein bisschen größer machen, aber ich finde es war gut. Aber von den Gegenständen her, ich finde das ist richtig, richtig gut, um Marmelade zu machen. Ich brauche aber noch ein Sieb und das ist wichtig, damit ich sowas wie Nektar machen kann. Und last but not least, wahrscheinlich sogar das Wichtigste, dass die Rezepte, dass es auch gut schmeckt. Das ist echt extrem wichtig, weil ich habe es bisher immer einfach nur so gesund gemacht wie möglich. Kein Salz, kein Zucker. Und jetzt habe ich Salz und Zucker verwendet. Und ja, ich sage mal für den Notfall, das sind ja Notfallvorwerte auch, konsumiere ich auf jeden Fall Salz und Zucker. Und ja, ich würde mich aber nicht zu früh freuen, weil ob das jetzt wirklich alles funktioniert hat, sehe ich erst in zwei, drei, vier Wochen, in zwei, drei, vier Monaten, in einem Jahr. Mal gucken, wann ich das dann alles konsumiert. Abonniert gerne den Kanal, dann halte ich euch da weiter auf dem Laufenden. Und bald kriegt ihr von mir richtige How-To-Videos. Bis bald, euer Robin.